Also es ist jetzt 19 Uhr 4 Und wir sind fertig mit dem ersten Lied aufnehmen Da hinten kommt der Max auf einmal daher Und wir sind ein Horrorfilm Also ich weiß da nicht ob man mich sieht Aber ich bin der Flo Auf jeden Fall haben wir jetzt unseren Bandraum gewechselt Das war der Mario Und zwar sind wir jetzt beim Mario am Tachbrun Weil bei mir im Köhler Jetzt ist Anfang Winter Ist schon zu kalt gewesen im Köhler Und wegen der Feuchtigkeit Das war der Daniel Unser Sänger Ja Jetzt sind wir beim Mario Wie gesagt im Tachbrun Da ist es urgemütlich warm da drum Ich werde Ich werde gemobbt Mario geht nicht mehr auf mich los Streitzen Ja Die Hohenkinder Einfach mal spielen Und ich tue immer nur mehr weinen Da sitzt der Döbeldäter Da sitzt der Döbeldäter Aber ein Zaun Da ist es Döbeldäter 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 Denn Das Mens Döbeldürfelder Döbeldäter Jaaah! Putz dein Oslo, das trägt! Das ist so gut. Hallo! Maxi! Ich brunne es mich gleich an. Es gibt individuelle... Schau sich den Behinderten aber auch. Nein! Oh mein Gott! Jetzt ist alles los! Du, film nicht schon wieder den ganzen Scheiss! Ja, Rudi! So ein Gespaar! Ja, auch jetzt! Ja! Ja! Wir sind die Schicken... ...Streetzer... ...Ghost... ...Matter... ...Portal! Bunter Port... ...Neu! Meta... ...Neu! Heißauflauf! Break down! Why? 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 Why did you die? Why did you die? Why did you die? Why did you die? Why did you die?